Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit. Letzter Schluss. Ja, heute stelle ich euch mal was Einfaches vor. Avidemux, das ist ein sehr einfacher Video-Editor, um Videos zu schneiden, Filter drüber zu legen oder einfach Videos neu zu komprimieren. Das Ganze ist nicht so wie KDN Live oder andere wirkliche ausgefuchste Videoschnittprogramme, sondern für wirklich einfache Editieraufgaben gedacht. Ja, falls ihr auch was Einfaches sucht, um diese Tätigkeiten durchzuführen, dann guckt euch das jetzt an. Mit dem, was ich im Intro gesagt habe, wisst ihr eigentlich schon, was Avidemux ist. Noch ein paar Details vorweg. Damit kann man sehr viele Audio- und Videoformate sowohl lesen als auch schreiben. Und je nachdem, wenn ihr in eurer CPU und eurer GPU Unterstützung für Hardware-Kompressionen habt, wird es schneller, obwohl dann das Verhältnis normalerweise von Dateigröße zur optischen Qualität deutlich schlechter ist. Also ihr braucht eine größere Datei, damit es halt irgendwie ansprechend aussieht. Ihr könnt auch Projekte anlegen und natürlich auch wieder laden. Es gibt auch die Möglichkeit, Skripte zu erstellen, um das Ganze zu automatisieren. Wenn ihr jetzt viele Dateien habt, die ihr komprimieren wollt oder mit Filtern belegen wollt oder sonst irgendwas machen wollt, könnt ihr das über Skripting machen. Und Avidemux ist als App-Image verfügbar. Also ihr ladet eine Datei runter, macht die ausführbar und startet die. Ganz einfach. Avidemux steht unter GPL, ist also freie Software. Und ja, damit könnt ihr prinzipiell schon loslegen. Das Ganze gibt es unter avidemux.sourceforge.net. Nehmt diese Seite. Es gibt auch noch andere Seiten im Netz, wo ich nicht so ganz weiß, ob das in Ordnung ist. Also eine Seite ist mir untergekommen, da wurden irgendwelche uralten Versionen feilgeboten. Dann gibt es natürlich diverse Zeitschriften, die das auf ihren Portalen drauf haben und dann irgendwie Werbung dadurch generieren wollen. Also nehmt direkt diese Seite. Dann gibt es die Downloads um einen, dann gibt es ein Wiki und ein Forum. Und das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr Avidemux verwenden wollt. Und so sieht denn die Seite aus. Also letztendlich braucht ihr normalerweise erstmal hier bloß Downloads. Und dann gibt es hier unten die verschiedenen Darreichungsformen. Ihr könnt das natürlich auch selbst kompilieren, wenn ihr es unbedingt möchtet. Aber ja, normalerweise braucht ihr das ja nicht. Mit dem Universal Binaries, hier Linux 64, das ist das App-Image. Und da gibt es auch noch eine Version für alte 64-Bit-Systeme, warum auch immer. Also ich habe bis jetzt immer die hier genommen. Dann geht ihr auf Fosshub und dann bekommt ihr hier so eine Auflistung mit verschiedenen App-Images. Also letztendlich steht da nochmal dasselbe drauf, wie auf dieser Übersichtsseite, die wir gerade eben hatten. Man kriegt auch die 64-Bit-Version für Windows. Aber das hier ist letztendlich das, was wir haben wollen. Also Avidemux als App-Image for Recent Linux System. Also für aktuelle Systeme. Wenn ihr das irgendwie nicht ausführen könnt, weil euer Linux-System zu alt ist, könnt ihr das hier mit einmal ausprobieren. Aber das hier läuft auf Systemen, die uralt sind. Soweit jedenfalls meine Erfahrung. Also da einmal draufklicken und dann bekommt ihr hier diese Avidemux 281, im Moment zum Zeitpunkt, wo das Video erstellt wird. Und Punkt App-Image habe ich schon mal runtergeladen. Das sind 44,9 MB. Ladet ihr runter und dann habt ihr diese Datei. Dann als nächstes. Ich mache sowas normalerweise immer auf der Kommandozeile. Ihr könnt das auch irgendwie grafisch machen. Im anderen Video habe ich das auch mal grafisch gemacht, wie ihr die Dateirechte setzt. Aber ich mache das jetzt so, wie ich das gewohnt bin. Mit chmod könnt ihr Zugriffsrechte bei Dateien und Verzeichnissen setzen. Plus x heißt Ausführenrecht setzen. Und ich möchte das für die Datei Avidemux und so weiter und so fort. Ja, und schon ist die ausführbar. Und wenn ich jetzt mache Punkt Schrägstrich Avidemux. Also ich tippe da Punkt Schrägstrich A Tabulator, weil es die einzige Datei ist mit A am Anfang. Er setzt mir denn die Bash den Rest mit dazu, wenn ich Tabulator drücke. Das ist eine praktische Sache, um eine Menge Tipparbeit zu sparen. So, dann Enter, einmal ausführen und schon habe ich es gestartet. Ja, so letztendlich unspektakulär sieht es aus. Was ich damit machen kann, sind verschiedene Dinge. Aber das meiste ist erst mal ausgegraut, weil ich noch nichts geladen habe. Dann kann ich hier öffnen, eine Videodatei öffnen. Und da habe ich mir was freigegeben. Ich bin in der virtuellen Maschine. Ich habe mir auf dem Host System eine Datei hingepackt. Dann lade ich die einfach erst mal. Dann wird da so ein Index erstellt. Und das ist ein Mitschnitt von einer Folge, die wir gemacht haben zu oben steht es. Zu SyncThink ist jetzt schon ein bisschen wieder her. Haben wir uns in der Live-Sendung in der Jean und Hauke schon mal angeguckt. Und hier unten habe ich diese Zeitleiste. Da kann ich hin und her scrollen und vor- und zurückspulen. Wenn ich jetzt erst mal am Anfang diese Pausen-Animationen loswerden möchte, dann scrolle ich mit der Maus ein bisschen hin und her. Da geht es jetzt auch schon los mit der eigentlichen Sendung. Und wenn ich jetzt mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten gehe, dann springe ich immer zu so einem Vollbild. Und an diesen Vollbildern kann ich schneiden, ohne dass ich das Ganze neu komprimieren muss. Ich kann Videos auch quasi bloß zurechtschneiden an diesen iFrames. Dann muss ich das Video nicht neu komprimieren. Also von einem Vollbild kann ich das schneiden. Es gibt auch sogenannte Zwischenbilder oder ja, die haben noch irgendwie spezielle Namen, je nach Codec. Also es gibt so Bilder dazwischen, die nicht vollständig sind. An den Stellen kann ich es nicht richtig schneiden. Dann muss ich das Ganze neu komprimieren. Wenn ich so einen groben Schnitt von irgendwas haben will, ich möchte vielleicht irgendwo die Werbung rausschneiden oder hier so ein Intro, dann kann ich das grob schneiden. Dann kann ich das nicht so genau auswählen, an welchen Stellen ich das machen kann. Ansonsten kann ich das auch an jedem Einzelbild machen, aber ich muss es dann halt neu komprimieren. So, aber wenn ich mich jetzt so ungefähr entschieden habe, an der Stelle soll es losgehen, dann kann ich hier setzen einen Marker, die Startmarkierung setzen. Das ist im Moment noch der Anfang von meiner Datei, also ganz da. Ich möchte den Endmarker setzen. Dann habe ich hier so einen markierten Bereich und drücke ich einfach Entfernen. Und jetzt ist das so weit weg. Dann habe ich jetzt noch ein paar Bilder, wo ein bisschen, ja, noch ein bisschen Intro drin ist, damit ich noch so ein bisschen Vorlauf habe. Aber wenn ich jetzt weitergehe, da geht jetzt auch die Sendung los. Umgekehrt kann ich es dann auch machen, wenn ich am Ende jetzt auch wieder ein Stück abschneiden möchte. Da ist dann das Auto mit der schlafenden Katze. Dann mache ich das wieder genauso. Also Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Kann ich hin und her bewegen auf dieser Zeitachse. Und dann sage ich hier Anfang und das Ende wird auch gleichzeitig hier gesetzt aufs Ende. So, und jetzt kann ich auch wieder Entfernen drücken. Und dann bin ich das auch schon los. Genau. Ja, und dann habe ich das grob geschnitten, so wie ich das vielleicht haben möchte oder auch nicht. Und ich mache hier bei Video Codec, kann ich Copy lassen. Also es wird direkt kopiert ohne Neukomprimieren. Das geht halt viel, viel schneller. Und dann kann ich hier Video Speichern machen. Und mir neuen Namen ausdenken. Vielleicht mal AMKV. Und dann dauert das ebenlos wenige Sekunden. Ja, das ist schon mal das. Ohne Neukomprimierung. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Aber erlaubt bloß grobe Schnitte und natürlich keine Filtereffekte und so was. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter haben möchte oder Speicherplatz sparen möchte. Denn normalerweise diese Mitschnitte, die wir machen oder das, was direkt als Stream so rausfällt, da ist dieses Verhältnis von Bildqualität zu Dateigröße relativ schlecht. Also immer relativ. Früher war das natürlich doch deutlich schlechter. Die Codecs sind schon relativ gut. Aber man kriegt da noch ein bisschen mehr raus, wenn man ein bisschen mehr Rechenleistung reinsteckt. Je nachdem, was für ein System ihr wiederum habt, wie viel Zeit ihr ins Codieren reinstecken möchtet, könnt ihr verschiedene Dinge ausprobieren. Also ich nehme für meine Sachen, die ich mir so ins Archiv schiebe, also diese Mitschnitte nach jeder Sendung, die packe ich mir ins Archiv. Ich lade die dann von Twitch runter. Und dann kriege ich die in einer relativ großen MP4-Datei. Die komprimiere ich nochmal neu. Und dafür nehme ich hier dieses MP4 AVC-X264. Und dann gehe ich hier drauf Codieren. Und dann habe ich hier bei Codier-Modus verschiedene Möglichkeiten. Konstante Bildqualität, ein Durchlauf. Ja, das ist irgendwie so grob wischiwaschi. Was ich lieber nehme, ist hier feste Videogröße. Und dann gebe ich hier eine Dateigröße an, wobei ich ungefähr die Hälfte nehme von dem, was ich runtergeladen habe. Also wenn das Video jetzt hier 2 GB groß wäre, dann würde ich jetzt ungefähr hier 1000 nehmen. Und dann würde das Ganze in zwei Durchläufen funktionieren. Das erste Mal guckt quasi dieser Codec nach, welche Stellen von dem Video sind besonders aufwendig zu codieren. Also wo bewegt sich besonders viel. Da braucht man dann eine höhere Bitrate. Und Stellen, wo sich wenig bewegt, wo vielleicht bloß Folien eingebunden werden, wo sich nichts bewegt oder sonst einfache Strukturen da sind. Da braucht man weniger Bitrate. Das ist der erste Durchgang. Da wird quasi so eine Statistik gemacht darüber. Und der zweite Durchgang, da wird diese Statistik verwendet, um das Ganze wirklich zu komprimieren. Das sind diese zwei Durchgänge. Und durch diese Festlegung von dem Größenlimit, was ich hier festgehe, wird das Ganze relativ genau auf diese Zielgröße gepackt. Allerdings zählt der Audio-Stream nicht mit dazu. Also die Tonspur oder die Tonspuren, die sind nicht in diesem Budget von den 1000 MB drin. Die kommen nochmal oben drauf. Also wundert euch nicht, wenn eure Zieldatei größer ist als die Angabe, die ihr hier gemacht habt. Vielleicht braucht ihr auch ein paar mehrere Versuche, um mal zu gucken, mit welchen Größenreduzierungen ihr bei eurem Videomaterial ganz gut hinkommt. Aber das ist für mich jetzt so ein Anhaltswert. Das klappt ganz gut, jedenfalls für unsere Mitschnitte. Normalerweise bewegt sich ja auch nicht so viel. Da kaspern wir unten so ein bisschen rum. Und viele von den Sachen, die wir angucken, die sind relativ statisch. Also wir machen die ja höchst selten Let's Plays. Da verbraucht man doch deutlich mehr Bandbreite. Also für diese üblichen Sachen kommt das ganz gut hin, mit so einer Halbierung. Ja, wenn ihr jetzt eure Einstellungen getroffen habt und meint, das ist erst mal soweit okay, dann klickt auf okay. Und dann könnt ihr das Video wiederum hier speichern. Und dann wird es komplett neu komprimiert. Das dauert natürlich dementsprechend viel, viel länger. Je nachdem, wie schnell eure CPU ist. Oder wenn ihr jetzt zufälligerweise so einen Hardware-Encoder habt. Ich habe in dieser virtuellen Maschine jetzt keinen. Aber da gibt es verschiedene, die das denn auf der CPU rechnen. Da gibt es QuickSync von Intel. Da gibt es was von AMD. Obwohl das eher im Grafikteil ist von diesen Kombinations-CPU-GPUs. Oder bei Nvidia gibt es das auch drin, direkt in der Grafikkarte. Je nachdem, was ihr habt, kann hier was zusätzliches auftauchen. Die sind wahnsinnig schnell, diese Encoder. Aber sie machen eben ein schlechteres Bild bei gleicher Bildgröße. Oder wenn ihr ein gutes optisches Ergebnis haben wollt, braucht ihr halt deutlich mehr Speicherplatz. Von daher würde ich das immer mit so einem Software-Encoder machen. Wenn ihr die Zeit dafür habt, macht das da mit. Macht eine kleinere Größe. Ja, aber müsst ihr wissen, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr jetzt einen Encoder hier ausgewählt habt, dann könnt ihr auch bei den Filtern mal gucken, was es da noch alles gibt. Da gibt es verschiedene Dinge in verschiedenen Kategorien. Also ihr könnt zum Beispiel Transformationen machen. Ihr könnt Dinge drehen. Das habe ich gemacht für Hochkant-Videos, die ich dann gedreht habe. Weil ansonsten wären die halt falsch rum. Damit könnt ihr Dinge drehen. Das ist bei dem Video natürlich Quatsch. Da könnt ihr dann hier auf Vorschau mal klicken. Und dann habt ihr euer Hochkant-Video für TikTok oder so. Naja, also sowas kann man damit machen. Dann könnt ihr auch solche Filter wieder loswerden, auswählen, entfernen, drücken und schon ist es wieder weg. Das gibt auch sowas wie Bildstabilisierer. Da kann man dann ein bisschen was abschneiden. Und wenn es denn wackelt, dann wackelt es hinterher weniger. Aber es fehlt natürlich hinterher Bildinformationen. Ja, dann haben wir noch sehr vieles. Irgendwie Überblenden machen, Interlacing. Das kennt man vielleicht noch von alten Filmen, wo so in Streifen gesendet wurde. Immer so Halbbilder. Das eine Bild wurde dann aufgebaut mit den ungeraden Zeilen und das nächste dann mit den geraden. Und wenn sich da was schnell bewegt hat, ja, dann hat man diesen Come-Effekt gesehen. Da gibt es verschiedene Filter, damit man das ja wieder rausrechnet mit mehr oder weniger Erfolg. Dann kann man hier noch mit Farben rumspielen. Man kann Dinge nachschärfen. Das sieht ja mehr oder weniger denn gut aus. Ja, wenn man hier mal so ein bisschen rein scrollt. Also es macht schon schärfere Ränder, aber wahrscheinlich sieht man das so ein bisschen hier. Die Artefakte, die im Codec drin sind, sieht man natürlich auch besser. So was kann man auch machen. Man kann natürlich auch das Gegenteil machen. Man kann jetzt hier Teile quasi unscharf machen, wenn man die loswerden möchte, irgendwas ausblenden möchte. Vielleicht so hier. Kann man das so machen, damit man es nicht lesen kann. Das kann man damit machen. Und Untertitel, was weiß ich, Kunsteffekte, mehr oder weniger schönes Zeugs. Und übrigens gibt es dann auch. Ja, genau. Also damit könnt ihr verschiedene Filter hintereinander schalten. Das ist so eine Filterkette. Also was oben steht, wird als erstes angewendet, dann der nächste und so weiter bis zum Ende durch. Und ihr solltet auch immer mit der Vorschau überprüfen, ob es das ist, was ihr haben wollt. Neben der Kategorie Video gibt es auch Audio. Erstmal könnt ihr hier gucken, bei Audiotonspur wählen, was da überhaupt drin ist. Ja, irgendwie steht, dass es Englisch stimmt ja eigentlich nicht. Bei unserer Sendung. Da könnt ihr zusätzliche Spuren hinzufügen. Da müsst ihr allerdings ein kompatibles Format haben, damit das da aufgenommen wird. Und dann könnt ihr die hier drin auch nochmal neu codieren lassen. Und da könnt ihr dann auch wieder einstellen, wie das komprimiert werden soll. Mit der Bitrate bei Opus zum Beispiel. Oder ihr könnt auch Filter drauflegen. Dynamikkompression, Equalizer, Kanalverstärkung und so weiter und so fort. Das könnt ihr damit auch noch machen. Aber ihr könnt auch zusätzliche Audiospuren hinzufügen. Wenn ihr noch eine weitere Datei habt, vielleicht für die Übersetzung in einer anderen Sprache, sollte natürlich so sein, dass es an den richtigen Stellen denn auch halbwegs zu den Lippenbewegungen passt oder so. Und hinterher wiederum speichern. Und dann wird das Ganze zusammengebastelt. Wird auch gemuckst. Aus Audio- und Video-Datenströmen wird eine Datei. Da ist MKV vorgewählt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, andere Container-Formate, sowas wie MP4 zu nehmen. Oder hier diese Transport-Streams. Sowas könnt ihr nehmen. Oder WebM. Je nachdem, was ihr vorhabt. Ist mal das eine oder das andere besser. Also MKV finde ich ein ganz praktisches Format. Das wird auch über KDN Live gut unterstützt. Da könnt ihr viele Audiospuren mit reinpacken. Das kriegt man, denke ich, auch mal überall abgespielt. Also jede Linux-Software, die irgendwie Videos wiedergibt, die kann normalerweise damit umgehen. Unter anderen Betriebssystemen wird es auch so sein. Wenn ihr Dinge fürs Internet aufbereitet, könnt ihr auch machen. Dann würde ich ja WebM empfehlen. Und damit es ein Codec ist, was auch wirklich unterstützt wird von vielen Browsern, könnt ihr ja VP9 verwenden. Ja, genauso wie bei dem Video ist es auch so, wenn ihr die Tonspuren nicht verändern wollt, dann sagt ihr hier Copy. Ansonsten könnt ihr die neu komprimieren in einem anderen Format. Und wie wir schon gesehen haben, Filter drauflegen. Wenn jetzt Audio und Video auseinanderlaufen um einen konstanten Faktor, dann könnt ihr auch eine Verzögerung eingeben, in Millisekunden vor oder zurück. Aber hoffentlich ist es so, dass es einfach nicht verschoben ist, dass ihr es nicht braucht. Ja, das wäre jetzt erstmal grob, was man mit Avidemox so machen kann. Also den Skriptanteil, das lasse ich jetzt erstmal weg. Das werde ich wohl nochmal im anderen Video machen. Ich habe schon ein bisschen was dazu vorbereitet, aber das ist noch nicht fertig. Und wenn ihr jetzt so ein Projekt quasi gebaut habt, also ihr habt die Codex ausgewählt, ihr habt vielleicht Filter draufgelegt, könnt ihr das Ganze auch speichern unter Projekt Skript als Projekt speichern. Das ist so eine Python-Datei und da steht alles drin. Und dann könnt ihr das Avidemox zumachen und dann zu einer anderen Zeit, wenn ihr das wirklich rendern, komprimieren lassen wollt, wieder öffnen. Und dann müsst ihr diese Einstellung nicht wieder neu vornehmen. Zum Laden ist es auch sehr unspektakulär. Also hier Projekt ausführen, diese Py-Datei auswählen, öffnen, klicken und dann hinterher hier Video speichern. Und dann läuft das los und dann dauert es mehr oder weniger lange. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Also relativ kurz, mal was relativ Einfaches, wenn ihr mal so einfachen Videoschnitt braucht, um ganz einfache Dinge zu machen, guckt mal bei Avidemox rein. Es ist wirklich ein praktisches, kleines Programm, mit dem man viel machen kann. Wenn man jetzt keine Montagen braucht oder sonst mit mehreren Videospuren da irgendwas überblenden will oder sonst irgendwas, ist es wirklich praktisch. Oder zum Eindampfen von Videos auf eine kleinere Auflösung oder kleinere Bitrate oder so. Echt praktisch nutze ich auch immer wieder gern für sehr viele Dinge. Ja, ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Glocke drücken, abonnieren und bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann.